Hallo, willkommen zurück aus der Sommerpause und mit Förscherkraft und Energie geht's jetzt in den goldenen Co-Pilot-Herbst. Your Co-Pilot. Der Podcast, der hilft, die künstliche Intelligenz in der Microsoft 365 Welt zu verstehen und produktiv anzuwenden. Mit eurem Co-Piloten Michael Gret. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe dieses Podcasts, der euch helfen soll, die künstliche Intelligenz in der Microsoft 365 Welt besser zu verstehen und vor allen Dingen auch produktiv anzuwenden. Ich habe es im Sommer nicht verlernt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Hier war es ein bisschen ruhiger. Ich habe einfach auch mal sacken lassen und ein bisschen reflektiert und mich dann nebenher natürlich auch noch das eine oder andere Mal mit den Entwicklungen beschäftigt. Es ist ja, ich sage mal, der Monat war reflektiv. Viele haben einen Blick zurückgeworfen auf das, was in diesem Jahr mit SharePoint, mit SharePoint sage ich schon, auch mit SharePoint, aber hauptsächlich mit dem Microsoft Co-Pilot passiert ist. Und da war einige Frustration zu vernehmen. Da ist aber auch ein Blick in die Zukunft, der positiv scheint. Das will ich gerne mit euch diskutieren, aber das mache ich nicht allein, das mache ich auch nicht heute, sondern da habe ich mich schon für den 10.9. mit dem Markus Ratz verabredet. Und da machen wir um 11 Uhr am 10.9. könnt ihr ja schon gleich mal merken, einen Livestream über hier unseren Global AI Community Meetup-Seite. Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und da werden wir von 11 bis 12 mal so einen kleinen Rückblick machen und einige Sachen mal wieder einnorden. Das ist mal sinnvoll, glaube ich. So, das will ich heute nicht extra machen und das machen wir, wie gesagt, am 10.9. um 11 Uhr live auf LinkedIn, YouTube. Wir werden es wahrscheinlich auch noch über Teams machen, also ganz bunt gemischt. So, das war aber jetzt auch kein ganz ruhiger Monat. Im Hintergrund ist eine ganze Menge passiert und Microsoft rollt, wenn es gerade um den Co-Pilot geht, geht ja doch nach und nach die ein oder andere Funktion endlich aus, die schon lange angekündigt ist. Und ich habe mir mal fünf Stück daraus, ne vier Stück habe ich mir daraus zusammengesammelt. Ich habe tatsächlich auch einige Videos dazu gemacht und zwar im Hochkant-Format, weil ja LinkedIn jetzt in dem Video-Feed auch Hochkant-Videos ausspielt. Ich wollte mal gucken, wie die so ankommen. Muss sagen, ganz gut kommen die an. Und man muss sich halt an dieses Format ein bisschen gewöhnen, aber man probiert ja halt alles aus. Genau, und da gab es, und das kann man mal gleich mal, wenn ihr jetzt auch im Urlaub wart, was jetzt also ausgerollt ist, zumindest bei mir, aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen, ist zum einen endlich der Co-Pilot in OneDrive und der in SharePoint kommt demnächst. Das heißt, ihr könnt jetzt in OneDrive, wenn ihr in eurer Dokumentbibliothek dran seid, habt ihr bei den Dokumenten, die vom Co-Pilot auch unterstützt werden, ein Symbol für den Co-Pilot. Ihr könnt da raufklicken und dann könnt ihr direkt im Browser eine kurze Zusammenfassung von dem Dokument bekommen oder eine Frage stellen oder die Seitenleiste auföffnen und dann weitere Fragen stellen und mit dem Dokument dann interaktiv mit dem Co-Pilot arbeiten. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe da so ein schönes Beispiel gemacht mit rosa Gurken. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Schaut einfach auf die Playlist in der YouTube-Seite. Ich verlinke das, wie gesagt, alles. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Was interessant dabei ist bei dem Co-Pilot in OneDrive, ihr könnt bis zu fünf Dateien auswählen und dann fünf Dateien gleichzeitig in den Co-Pilot reinpacken und Fragen stellen. Ich habe da, wie gesagt, fünf Dokumente, die sich mit rosa Gurken beschäftigen. Ich habe da gefragt, was ist denn bitte in diesen fünf Dokumenten über rosa Gurken zu lesen? Fasse mir doch bitte mal nur dieses zusammen. Und das extrahierte er schon recht gut. Also, feine Sache. Schaut euch das mal an. Eine coole Sache. Wie gesagt, maximal fünf Dokumente, PDF, Office-Dokumente gehen schon. Es gibt so eine Größe, die bei 150 Megabyte liegt. Wenn die Datei größer ist, dann wird sie nicht angenommen. Und auch eine sechste Datei könnt ihr nicht mit reinnehmen. Das sind so die Grenzen. Aber ja, es kommt. Langsam, aber es kommt. So, und in dem Zusammenhang gibt es dann auch mittlerweile im Microsoft 365 Chat, wo ihr ja auch Dateien referenzieren könnt für den Prompt. Das geht halt über den Schrägstrich und dann geht ja diese kleine Menü auf, wo ihr dann, weiß ich was, die zu jetzt verwendeten Dateien sieht oder Personen oder ähnliches. Aber was man bisher eben nicht hatte, man konnte nicht auf, sagen wir mal, durch den gesamten SharePoint und OneDrive-Bestand, auf den man Zugriff hat, durchbrowsen. Das gibt es jetzt, nennt sich Hochladen-Button. Und wenn man da raufklickt, dann öffnet sich auch ein Browser-Fenster. Und dann kann man durch seinen OneDrive und seine SharePoint-Bibliotheken durchbrowsen und direkt die Dokumente anklicken, die man gern in den Prompt mit reinhaben will. Und das ist quasi genau das Gleiche, nämlich wie beim OneDrive. Bis zu fünf Dateien, 150 Megabyte pro Datei. Und dann habt ihr das alles im Chat drin und könnt dann mit diesem Chat und mit diesen Dokumenten dann direkt arbeiten. Gut, man wünscht sich natürlich immer noch ein bisschen größer, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Aber letztlich funktioniert das schon ganz gut. So, dann ist heute bei mir ausgerollt, zumindest habe ich heute entdeckt, dass in Outlook der Co-Pilot jetzt aus einer eingehenden E-Mail über die Schaltfläche Antworten, da müsst ihr mal gucken, das ist ja immer so, dass das Ganze ein bisschen versteckt ist. Also wenn ihr eine E-Mail bekommt und über die Schaltfläche oben im Menü Antworten gibt es jetzt die Co-Pilot-Funktion. Und wenn ihr, also Plan mit Co-Pilot heißt die, und wenn ihr da raufklickt, dann wird automatisch eine Besprechungsanfrage gestartet, die Daten werden mit übernommen, es wird ein Termin vorgeschlagen und es kommt eine Zusammenfassung der E-Mail sozusagen über das man dann in dieser Besprechung mit demjenigen, dem man dann diese Sprechung aufzwingen will, diskutieren kann. Ja, also ihr könnt dann praktisch eine direkte Besprechungsanfrage mit Teams-Einladern und allem drum und dran direkt aus der E-Mail erstellen. Auch sehr cool, habe ich schon mal ein bisschen ausprobiert, funktioniert richtig gut. Und last but not least auch was ausgerolltes, ich weiß nicht, was ich mir letztes Mal schon erzählt habe, aber was ausgerolltes ist, ist der Co-Pilot in Microsoft Stream. Das heißt, wenn ihr Videos hochgeladen habt und wenn ihr Microsoft 365 Co-Pilot habt, das sollte man immer dazu sagen, kommt der Microsoft Stream Co-Pilot automatisch mit hinzu und ihr habt jetzt, sofern ihr für das Video ein Transkript erstellt habt, die Möglichkeit, auf diesen Transkript den Co-Pilot draufzusetzen und dann zusammenzufassen, Abfragen zu stellen, in dem Transkript zu suchen, was auch natürlich richtig cool ist, weil Videotranskripte auswerten ist so der, wie sagt man so schön, der heiße Scheiß, eins meiner Lieblingsthemen und ja, das passt auch so. Also ihr seht, Schritt für Schritt, und es gibt noch weitere Änderungen, aber das waren die, die jetzt bei mir sozusagen aufgeschlagen sind, die mich auch gerade besonders interessiert haben, aber ihr seht, Schritt für Schritt geht es mit dem Co-Pilot weiter, mit den Funktionen, es dauert halt ein bisschen länger, aber ja, und wenn man auf die Roadmap schaut, da sind ja für den Herbst noch einige Dinge angekündigt. So, und wenn die Ankündigungen nicht reichen, und da schwenken wir jetzt mal nahtlos über zu ein paar Tipps, zu ein paar Termin-Tipps, die ich euch geben will, haben sich Satya Nadella und Jared Spataro angekündigt, den Microsoft 365 Co-Pilot Wave 2 Event zu starten, und der läuft am 16.09. um 17.00 bis 17.30 Uhr. Und ja, Wave 2, viel mehr gibt es darüber nicht, es gibt die Links zu den Veranstaltungen auf LinkedIn, auf die Livestreams sozusagen, und naja, ich denke mal, Wave 2, das heißt, es gibt jetzt den großen Überblick von Bob Chef, und der wird uns erzählen, was Microsoft dann vielleicht noch mit dem Co-Pilot in diesem Jahr vorhat. Also freue ich mich darauf, und Satya Nadella und Jared Spataro kommen nach Deutschland, und den Termin könnt ihr euch auch vormerken. Das ist nämlich der 24. Oktober, da kommt die Microsoft AI-Tour 2024, hey, wieder nach Berlin in den CityCube, da wo sie auch letztes Jahr schon war. Und ja, und Satya Nadella und Jared Spataro kommen beide nach Berlin und werden auch entsprechende Vorträge halten. Ihr könnt euch, und das ist ein bisschen schwierig, ihr könnt euch für diese Veranstaltung nicht anmelden, aber ihr könnt euch für diese Veranstaltung bewerben, wie es offiziell heißt. Das heißt, geht auf den Link, den ich in den Shownotes mit hinterlege, und dann könnt ihr euch dort quasi für diese Veranstaltung bewerben und bekommt dann ein E-Mail, dass ihr sozusagen in der Warteliste seid. Und wenn das dann alles sozusagen in trockenen Tüchern ist, dann bekommt ihr hoffentlich auch eure Einladung oder eure Bestätigung dazu. 24. Oktober in Berlin, Microsoft AI-Tour, die ist ja immer, sagen wir mal, ein bisschen Developer-lastig, aber ja, natürlich super Event. Okay, das dazu. Dann, ein bisschen kurzfristiger, kommt am 22. bis 25. natürlich noch der neue Microsoft 365 Summit in Mainz. Ja, das, wo wir unsere ganzen Online-Summits, den Team-Summit in M365 vom Christian Groß und seinem Team ja über die Jahre immer schon genießen dürfen, wo wir auch immer viel mit dabei sind. Den gibt es jetzt als In-Person-Event. Und ja, ich werde auch dabei sein mit einer Session und über meine Reise in die wunderbare Welt des Chat-GPT-Berichten. War ja so mein erster Vortrag, den ich vor anderthalb Jahren gehalten habe. Und ja, jetzt mache ich mal eine Zusammenfassung, kleinen Reisebericht, hole ein Diaprojekt daraus, zeige mal ein paar Bilder, ein paar interessante, wie sagt man so schön, ein paar interessante Erlebnisse, die ich auf diesem Weg hatte. Und gucke vor allen Dingen in die Zukunft rein, wie es denn so weitergeht aus meiner Sicht und was so die richtig coolen Trends sind, die ich gerade sehe. Hat was mit Sprachmodellen zu tun und ja, mit vielen interessanten Sachen. Kommt also am 23. 22. 23. 24. Warum habe ich den 22 geschrieben? Das ist der 23. 24. 25. So ist es richtig. 23. 24. 25. Im M365 und ich habe euch auch einen Link hinterlegt. Falls ihr noch kein Ticket dafür habt, könnt ihr über diesen Link ein Ticket noch beziehen mit 15% Discount. So, das dazu. Und gleich einen Tag nach dem M365 zusammen, kommt dann nochmal das KIN Insights Barcamp vom Holger Gellhausen. Habe ich auch in diesem Jahr, glaube ich, schon mitgemacht. Ist immer sehr spannend, weil die doch relativ weit vorne sind im Ausknautschen von den Möglichkeiten, die man mit Automation und all sowas rund um Chat-GPT und Co. machen kann. Und da habe ich mir einen Vortrag eingereicht für dieses Barcamp. Ist halt ein Barcamp. Es gibt halt Online-Barcamp-Vorträge. Also sicherlich total coole Sachen. Und bei mir gibt es wieder was KI für Sparfüchse, sprich lokale Sprachmodelle laufen lassen. Und was man damit wunderbar machen kann, da hat sich auch richtig viel getan in den letzten Monaten. Ich sage nur Vii 3.5, Vii 3.5 Vision, LM Studio 3.0, ist es 3.0, glaube ich, mittlerweile. Version, ja, Version, nee, Version 2 ist es ja mittlerweile. Und, und, und. Also, das im KI-Barcamp. So, und dann werde ich noch am 17.10. im IT-Forum Mein Franken in Veith Höchstheim einen Vortrag über Co-Pilot halten und vor allen Dingen auch mal wieder etwas vor Ort machen. So, das ist so ungefähr der Veranstaltungsplan, der jetzt in den nächsten Wochen vor mir liegt, hier ganz konkret. Daneben gibt es natürlich auch immer noch die ganzen Online-Meetups von allen lokalen Meetups und User-Groups. Und dazu kann ich immer gern nochmal empfehlen, habe ich ja auf dem SharePoint-Social.de, auf der Community-Seite, immer noch den kompletten Terminkalender, wo ich gerne immer all diese Events einpflege. Und auch den Link packe ich euch in die Show Notes rein. Guckt also diesmal auf jeden Fall in die Show Notes rein, denn da stehen die ganzen Links, die euch zu diesen einzelnen Events führen. So, das ist das alles, was zur Co-Pilot ist. Da gibt es, wie gesagt, vieles nicht mehr zu sagen. Das machen wir erstmal nächsten Dienstag. Dann mache ich das zusammen mit Markus. Und nebenher kommt auch noch der ein oder andere Hochkant-Video. Das ein oder andere Hochkant-Video-Erzeugnis. Ja, und dann, 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 dann gibt es jetzt nochmal etwas Besonderes. Und zwar, wir haben ja das Jahr 2024. Und beim Aufräumen, man räumt ja mal auf, fiel mir doch ein Heft in die Hand von SharePoint Technology Day 2004, also vor 20 Jahren. Das war die erste Veranstaltung zu SharePoint, erste große Veranstaltung zu SharePoint in Deutschland, die Microsoft veranstaltet hat. Damals aus der Developer-Abteilung. Und die fand in Fürstenfeldbruck statt. Da waren damals über 150 Teilnehmer, die ganz früh auch auf den SharePoint-Zug aufspringen wollten und viele davon auch aufgesprungen sind. Ich stand selber auf der Bühne mit ein paar anderen Sprechern. Naja, und wenn man das guckt und sagt, Mensch, 19.10.2004, 19.10.2024, 20 Jahre, das schreit ja förmlich nach einem Online-Event. Und ja, die Idee ist jetzt aufgekommen. Und ich spreche gerade schon mal mit dem einen oder anderen, wie wir das vielleicht hinbekommen. Aber ich weiß ja natürlich, dass viele von euch auch hier über meinen SharePoint-Podcast schon mit in diesen Podcast gekommen sind. Falls ihr auf diesem Event 2004 mit dabei wart, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal Feedback gebt und vielleicht auch eure Eindrücke noch mal schildern können. Und das ist natürlich schon mal klar. SharePoint ist jünger denn je, attraktiver denn je, immer noch die Backend-Plattformen rund um Microsoft 365. Und da macht es schon mal Sinn, ein bisschen den Rückblick zu gehen, noch mal zu gucken, wie wir dann damals in Fürstenfeldsburg angefangen haben. Das war eigentlich auch so der richtige Startschuss für die ganzen Community-Arbeiten, die wir im SharePoint-Bereich in Deutschland gemacht haben. Ja, und vor allen Dingen, wo wir heute stehen und wo es dann noch mal hingeht. Und ja, mal zu hören, was aus den ganzen alten SharePoint-Spezies geworden ist, ist ja wie Unkraut, vergeht nicht, sage ich mal so. Ja, also falls ihr an diesem Event beigewohnt habt oder von diesem Event gehört habt, falls ihr noch Material davon habt, Fotos, Bilder oder Ähnlichem, dann meldet euch auf jeden Fall. Entweder über LinkedIn oder ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht. Und dann gucken wir mal, wie wir das in ein Event bauen können. Also ist gerade in Arbeit, aber ich kündige das einfach schon mal so ganz locker an und würde mich freuen, wenn ihr euch daran beteiligen würdet. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Also, wie gesagt, guckt in euren Microsoft 365 Q-Palace rein, wenn ihr mitgearbeitet habt, bisher noch nicht gearbeitet habt. Da ist sicherlich das eine oder andere Veränderung mit drin. Auch das eine oder andere kleine Feature. Ja, auch der eine oder andere Prompt wird jetzt besser funktionieren, weil unter der Haube auch noch einiges geschraubt worden ist. Und ja, ansonsten verteilt die Botschaft dieses Podcasts, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Abonniert ihr ihn, wenn ihr ein Like da lassen wollt. Würde ich mich natürlich auch super freuen. Kommentare immer gern von mir gelesen und auch gern beantwortet. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal für heute Tschüss und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Your Co-Pilot Der Podcast, der hilft, die künstliche Intelligenz in der Microsoft 365 Welt zu verstehen und produktiv anzuwenden. Mit eurem Co-Piloten Michael Gret. Deswegen gehört ja drauf, wenn ihr vom나ge Projekt kurzgestellt habt. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Szeit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.